Wo verläuft die Grenze zwischen Europa und Asien? Sie verläuft durch das Uralgebirge im Westen Russlands. Vom 18. Jahrhundert orientierten sich die Geografen auf verschiedene Aufteilungsweisen Europas und Asiens. 1725 markierte der Geograf Philipp Johann von Strallenberg eine neue Grenze zwischen Europa und Asien. Sie verlief durch das Uralgebirge. Momentan gibt es Erinnerungszeichen entlang dieser Grenzlinie. Im Ural befinden sich mehr als 10% aller russischen Städte, darunter 4 Millionen Städte. Ein grosser Teil dieser Städte wurde um Fabriken herum gebaut. Die Tatsache ist, dass der Ural die grösste Mineralien Koele Russlands ist. Es gibt etwa 50 Arten von Mineralien. Besonders ist der Ural für seine Edelsteine berühmt. Und es gibt viele Märchen und Legenden darüber, wie sie solst stylreich im Ural aufgetaucht sind. Die Tatsache ist, dass der Ural aufgetaucht ist.